Thierry Omeyer ist ein französischer Handballtorwart, der beim französischen Verein Paris Saint-Germain HB spielt. 2008 wurde er zum Welthandballer gewählt. Er ist Ritter der französischen Ehrenlegion und Offizier des französischen Nationalverdienstordens. Karriere Mit Montpellier HB gewann Omeyer jeweils fünf französische Meisterschaften und Pokalsiege. 2003 wurde er mit Montpellier Champions League Sieger. Mit dem THW Kiel erreichte er RU. A. 2007 und 2012 für DK-Sekundentrippel mit dem Gewinn von Champions League, DHB-Pokal und Deutscher Meisterschaft. Nach der Saison 2012-13 kehrte Thierry Omeyer nach Frankreich zurück und spielte wieder für Montpellier. Zur Saison 2014-15 wechselte er gemeinsam mit William Acombray zu Paris Saint-Germain HB. Im September 1999 gab er in der EM-Qualifikation in Dijon im Spiel gegen Rumänien sein Debüt für die französische Nationalmannschaft. Mit ihr wurde Omeyer 2008 und 2012 Olympiasieger, 2001, 2009, 2011 und 2015 Weltmeister sowie 2006, 2010 und 2014 Europameister. Privates Thierry Omeyer ist 1,91 Meter groß und wiegt 95 Kilogramm. Er ist verheiratet und hat eine Tochter und einen Sohn. Sein Zwillingsbruder Christian, der im Rückraum spielte, stand über viele Jahre im Kader des französischen Vereins SC Celestat. Erfolge EHAF Champions Trophy Sieger 2007 EHAF Europa Pokalfinalist 2013 Vierzehntel Französischer Supercup Sieger 2014 Altstar Team EM 2006 OS 2008 WM 2009 WM 2011 OS 2012 Auszeichnungen Ritter des französischen Nationalverdienstordens Ritter der Ehrenlegion Offizier des französischen Nationalverdienstordens Wertvollster Spieler der Handball-WM 2015 in Katar Bundesliga-Bilanz Bildserie Thierry Omeyer bei einem Tempo-Gegenstoß Punkt 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 Name Der Nachname Omeyer hat deutsche Wurzeln und stammt laut Omeyer selbst aus der Umgebung von Müllhausen. Im Deutschen kann Omeyer auch O. Meier ausgesprochen werden.